ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ja, das war wohl nichts mit dem Boot hier. Mal schauen, irgendwas zu dem Lager überlegt. Was machst du? Das ist ein Segel. Der schöne Segel, der noch so einst das Boot gesteuert hat, ist es einfach komplett kaputt, Julian. Du bist absolut schlecht, glaube ich, in der Welt. Hat wenigstens irgendwas überlebt. Ach, Julian. Hast du diese Kiste befüllt? Julian. Wie wäre es, wenn du bei einer Schiffsfahrt wenigstens irgendwie ein Rettungsreifen mitnimmst, irgendwas? Hast du schon Stöcke, Steine, Fäden? Ach, was machst du? Bist du mir ins Feuer gerannt? Eine Glasbottle. Hey, kann man hier trinken? Geht das? Mal probieren, warte mal. Ja, du kannst trinken. Aber ich habe auch eine Glasbottle. Wirklich? Ich glaube, man muss trinken oder so. Lol, okay. Okay. Ja, Leute, an der Stelle willkommen zu Minecraft Revival. Eine neue Serie mit dem Juni und hier. Kommt ab sofort jeden Montag, ich glaube Mittwoch und Samstag, wenn ich mich täusche. Auf dem Knall von mir raus. Und auch bei Julian. Ah, Julian. Achso. Nein. Hör auf, hör auf. Oh mein Gott. Warte, warte. Ich muss jetzt irgendwie... Revive. Oh. Mach ich schon. Oh mein Gott. Ja, weil Leute, ich wollte gerade sagen... Wie bist du jetzt gestorben? Ich bin ins Feuer, ganz hier gerannt. Ich habe schon langsam zum Brennen angefangen. Achso, du meinst die Kugel? Ach, lol. Ja, weil Leute, wir spielen hier in Hardcore. Das heißt, meine Herzen haben die Hardcore-Azine. Oh, ich wäre gerade fast... Ich wäre gerade fast wieder in den Berries eingelaufen. Ich habe ein halbes Herz. Ich habe ein halbes Herz. Ich habe ein halbes Herz. Wenn man stirbt, Leute, ist es aus. Ja, dann ist man quasi raus aus dem Projekt. Das Projekt ist zu Ende. Wenn man stirbt. Aber... Revival, wie der Name schon sagt, ist eine Anspielung auf die guten alten Survival-Formate. Wie Arrival damals. Das ist eine ganz simple Survival-Serie. Oh Leute, hier hat noch eine Kiste überlebt. Leute, ich habe Weakness gerade, wenn ich Arrived werde. Ist das ein Season-Klocken-Boot? Ah, natürlich. Mein Google ist alle ein saftig T-Shirt hier. Warte mal. Ich kann es dir gleich nehmen. Oh, ich ertrink. Oh mein Gott. Oh, oh. Ja, was ich sagen wollte. Also, wie der Name Revival schon sagt. Wenn einer von uns stirbt, hat man glaube ich so... Wie lange Stand hast du zur Zeit, bis du stirbst? 110 Sekunden. Hier ist ja noch eine Kiste. Oh mein Gott. Diesen Crafting-T-Shirt. Diesen Crafting-T-Shirt. Ich habe wirklich ein Packback. Okay Leute. Fiber-Torch. Glystering Melon-Juice. Der kannst du mal nehmen. Ist das dein Plus? Ich weiß nicht. Oh. Ich dachte, du bist wirklich gestorben. Hä? Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte. Crafting-T-Shirts, ja? Wenn ihr noch keine habt. Shop.com. Oh mei. Oh mei. Könnt ihr vorbeischauen? Kein Spaß. Wenn wir die hier auf jeden Fall in unser Schiff mitgenommen haben. Zum Überleben. Dann braucht ihr die auf jeden Fall auch. So, schau mal. Wenn ihr ein Schiffsunfall habt. Oh lol. Was ist das? Packpack. Wir haben keine Steine reingeben. Komm mal auf. Wirklich? Stone Rock. Man kann nur Steine reingeben, glaube ich, oder? Ja, man kann es reingeben. Oh lol. Ich habe rausgeholt. Oh. Jedenfalls. Das Überleben ist, wie gesagt, wir spielen super hardcore. Es ist nicht ultra hardcore, ich bin normal hardcore. Das ist ein Crafting-Teil. Das heißt, wir haben nur ein Leben und wir sterben ist aus. Außer jemand, also außer Julian wiederbelebt mich zum Beispiel. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Genau. Es ist so ähnlich, wie zum Beispiel, wenn ihr Fortnite kennt. Wenn man da quasi erst Duo oder Squad spielt und stirbt, hat man quasi so eine Chance. Man wird auch schon ausgenockt. Genau, man wird ausgenockt. Nur, wie Julian gerade eben vor. Hey, was hast du gemacht? Bei mir ist das Feuer unten gehüpft. Bei der Körpertemperatur so. Bei mir war keine Kugel mehr. Bei mir ist einfach Feuer gehüpft schon. Ja wirklich. Ey, das schau ich mir an. Weil Leute, Julian, nimm das Ganze hier auch auf. Auf seinem Kanal. Julian, ist so interessant. Lass mal auf jeden Fall alle Julian ein Abo da. Jomai. Ey, ich würde auch interessieren, wie das jetzt mit dir ausgesehen hat. Wo du gestorben bist. Mir fällt gerade auf. Mir fällt gerade auf. Ich kann Holz, Bruce Wood nicht das Ding sein. Schau mal. Ich kann es nicht zu Planks schrafen. Warte mal. Oh, oh. Okay. Ja, nimm es mal. Du kannst gerne Planks schrafen. Oha. Ey, wie schwer ist das bitte? Oh, lol. Aber ich glaube, warte mal. Aber man kriegt Sticks, wenn man die Bäume weggehen. Wirklich? Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen alternativ überleben, ja? Weil wir haben hier so Steine. Ich glaube, man kann hier so ein bisschen kraften. Ich glaube, wie wäre es mit einem Stein? Genau, du kannst mit Stein und wie ist es? Plant Fiber. Ich habe Plant Fiber auch gekriegt. Ja, ja, ja. Und einem Stick kannst du Sachen machen. Ich glaube, mit zwei Steinen. Warte mal. Einem Stick und einem Plant Fiber mache ich mir eine Spitzacke. Genau. Kann ich mir zufällig? Ich habe eine Axt. Ich habe eine Axt. Okay, du hast eine Axt. Okay, dann mache ich mir einen Hammer. Äh. Was bringt ein Hammer? Warte mal. Hast du noch einen Rock? Ich glaube, ich habe gerade das Holz irgendwie das Gewand aus. Was hast du gemacht? Kann man mit dem hier vielleicht Dings abbauen? Ich glaube, ich habe es mal gelesen von dem Monster. Ach so, lol. Ja, ja, ja. Glaubst du, man kann mit dem? Ja, du kannst aus dem Planks machen. Warte mal. Okay, also schon mal einen Fortschritt. Weil das heißt, wir müssen alle unsere Bäume zuerst mit der Axt. Oh, du hast die Axt hier. Ja, ja, ja. Schau mal, wie crafte ich mir diesen Hammer jetzt? Ich glaube, das war so, oder? Ja, ein Schuthammer. Warte, komm mal her, oder? Mach dir was? Wir haben hier richtig viel Zeug drin, okay? Wir haben hier neue Biome, neues Alles. Es ist eine super geile Survival-Serie auf super Hardcore, Leute. Das heißt, wir müssen unter anderem auch trinken, wie man hier schon sieht. Oh, lol. Ich sehe gerade hier Dings hier, oder? Ach, Leute. Du hast defekt. Ich weiß, es kann... Oh! Ich glaube, das Wasser hier ist nicht rein. Ich glaube, es müssen wir filtern oder so. Kann das sein? Ich glaube, Holzspitze kann man nicht craften. Ich bin gerade im Crafting-Rezeptbuch. Keine Holzspitzecke? In dem Crafting-Rezeptbuch kannst du alles nachschauen. Äh, nein, du kannst keine Holzspitzecken craften. Okay. Ja, aber Schwert. Ich habe gerade Schwert gecraftet. Ey, weißt du, wie man vielleicht irgendwie so ein Dings craftet? Einem... Äh, warte, wie heißt denn der? Ich mach mal hier Ad-Pyro. Es gibt bestimmt so ein Dings hier, wo du die ganze Sachen filtern kannst, oder irgendwie. So geht das? Oh, ich habe ne Crate kannst du craften. Oder gibt es so eine Alternative im Crafting-Table? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schau mich mal hier um, warte. Äh, ich habe eine Spritzecke. Das ist hier irgendwo im Ofen. Ich schau mal, was man mit Holz craften kann. Warte mal, mit Slabs. Ich glaube, du kannst mit Holz... Genau! Guck mal, du kannst das Wasser... Okay, warte mal. Ich glaube, das geht dann. Ich mach mal das Feuer aus. Weil sonst verbrenne ich auch so, du. Äh... Ich mach ein Slab und... Ein Dings. Hast du noch irgendwo ein Slab, oder kann ich kein Slab craften? Äh, okay. Ich schau mal, hier war da irgendwo noch ein Ofen, glaube ich. Geh noch eine Kiste. Wollen wir die Kisten mitnehmen? Oder hast du alles schon ausgeräumt? Ich glaube, man kann keine... Kann keine... Lass mal irgendwie los schauen. Vielleicht finden wir irgendwas. Okay, mit der Körpertemperatur geht schon wieder runter. Ich glaube, man kann keine Slabs machen, oder? Echt, voll egal. Was, keine Slabs? Man kann... Du kannst dir ein Crafting-Rezept buchen auch schon, aber... Du kannst... Echt, okay. Ich glaube, das ist alles ein bisschen schwerer. Ich schau mal, hat noch irgendwas überlebt von unserem Lager hier? Oh, oh. Okay, Leute. Ich dachte mal... Warte. Zack. Hier ist doch irgend so ein spezieller Block. Ich hab... Ich hab... Ich hab Potatory Fragments. Potatory Fragments. Okay. Ja, schau mal, wie man das ganze craftet hier. Ich baue mal ein bisschen was ab. Okay. Ich hab Boot übrigens hier. Rotes Boot. Vielleicht ist hier irgendwo ein Slab. Ist das ein Slab? Ich hab übrigens einen Ofen. Also, falls du was brauchst. Ey, ich hab im Wasserschwimmen Slab schon mal. Spruce? Ey, voll egal. Leute, hast du was. Ich kann uns Wasser filtern. Du musst einfach nur Wasser im Ofen schmelzen. Okay, Leute. Dann kriegst du... Gefiltertes. Ja, mach du mal. Mach du mal. Ich mach da, wer hier... Schau du... Wie du den neuen Crafting-Table machst oder so. Ähm... Ich hab ihn... Ich hab ihn... Cold Coke oder... Oh, wie das heißt. Was? Oh, oh. Was hast du? Nein. Okay. Was ist das? Oh. Wie heißt der? Wie heißt der? Äh, warte. Workbench. Worktable, glaub ich, oder so. Worktable. Ach, ich seh's grad. Ach, ich glaub das ist ein neuer Crafting-Table. Kann das sein? Jajaja. Okay. Fuel. Das heißt, kann ich hier theoretisch... Kannst du bei dem neue Sachen craften? Oh, ich merk's grad. Doch, doch, doch. Schau mal. Warte. U. Äh... Worktable. Ja. Es gibt neue Rezepte bei dem. Ich glaub, wir brauchen einen Hammer oder so, weißt du. Oder? Ein Schwert kannst du aber glaub ich craften. Warte mal. Nein. So. Und wenn du dann den machst, geht das? Oh, oh. Warte. Äh... Mach mal drauf. Lol. Ja, ich hab ein Schwert. Warte, 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 warte. Es wird schon Nacht. Es wird schon Nacht. Pass auf. Ich glaub wir sollten uns ein Haus bauen. Wir brauchen ein Lagerfeuer. Warte mal. Ähm... Kann ich jetzt craften? Wir brauchen sehr kalt. Aus Holz, eine Kohle. Äh... Warte, wir können uns Holz fröhlen. Wir können uns Holz fröhlen machen. Okay, schnell. Wir brauchen ein Lagerfeuer. Es gibt sehr böse Monster hier. Wir haben auch Dimensionen. Wir haben richtig geil neue Erze und alles mögliche. Aber es kommt leider später. Ähm... Ja, Leute. Ich würd mal sagen, in der ersten Folge ist es ganz wichtig, dass ihr uns zeigt... Genau. Ja, 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 ja. Ne, warte nicht. Da wollte ich gerade schmelzen. Oh, ich würd mal sagen, dass wir alles da vorne aufbauen, oder? Ja, ja, warte, 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 warte. Wir brauchen ein... Äh... Ich muss mal schnell hier ein Lagerfeuer noch machen. Aber, Leute. Wenn euch Minecraft Revival gefällt, es kommt jeden Montag, Mittwoch und Samstag um 12 Uhr online bei mir. Oh, mei. Und auch beim Julian. Ja. Also abonnieren uns beide. Viele wissen ja, Julian ist mein Bruder. Mein kleiner Bruder. Manche fragen sich immer, wer ist dieser Julian? Ah, okay. Er spielt halt mit. Aber... Leute, Julian ist mein kleiner Bruder. Oh, mei. Und zuerst dem auf jeden Fall ein Abo da, rechts vom i. Oder auf Julianus drin, das ist hier auf YouTube. Und schaut bis in der Folge noch vorbei. Warte, ich brauch die Kohle. Warte, ich brauch die Kohle. Ich brauch die, ich brauch die. Für, ähm, Lagerfeuer. Da, da, am Boden, am Boden, am Boden. Okay, warte. Und wie kauft ihr es jetzt? Äh, mit Sticks? Hast du 3 Sticks? Äh, ja, ich hab auch 3 Sticks. Oh, mein Gott. Wir haben jetzt nur 14 Sachen. Oh, ist das hell. Auch wenn du das in der Hand hältst. Okay, warte mal. Wollen wir hier erstmal campen? Ja, das hier erstmal... Okay, okay. Ich glaub mal... Kannst du hier Sachen drauf geben nachher? Porkchips oder so? Wir, wir, wir brauchen einen Cobblestone. Kann ich mir Spitzhack gleich Steine abbauen? Äh, warte. Kannst du mal hier Holzsacken? Geh ich dir mal irgendwie meine oder so? Okay, probier mal Holzsacken. Ja, schau mal, ob du irgendeinen Stein kriegst. Ich hab die Spitzhacken gegeben. Wir brauchen ein anderes Lagerfeuer. Nein, nein, nein. Warte, ich hab hier schon einer. Ich hab hier schon einer. Ich hab hier schon einer. Platziert hinter auf dem Boden. Äh, füg, ähm, paar Stämme hinzu und zünd's an. Ich trink mal Clistering Melon Juice. Leute, ich bin komplett voll jetzt Wasser-Dings. Okay, okay, warte. Das heißt, wir machen das hier. Bauen wir irgendwie ne Chests gleich, oder? Ja, ja, warte. Ich hab einen Chests abgebaut, weil die können wir hier aufstellen. Richtig geil eigentlich. Äh, ich schau mal. Ich hab ein Thermometer. Es gibt auch Jahreszeiten hier, Leute. Ich krieg dich mal aus Dirt hier irgendwie Dirt raus. Oder Herbst. Schau mal, ich krieg das hier raus aus Dirt. Hä, was ist das? Ich weiß nicht. Der hat Klumpen? Der hat Klumpen. Oh, kompakt Ding. Warte mal. Kompakt Ding. Wir brauchen so ne spezielle... Ich hab irgendwas, irgendein dunkles Erzgleich gefunden. Oder was ist das? Ist Kohle? Wir brauchen Slaps dafür. Hä, wie kriegt man denn Slaps? Kann man natürlich nicht craften, oder? Leute, ich hab Asphalt gefunden. Oh mein Gott, du brauchst ne eigenen. Du brauchst ein Stein-Killing. Schau mal, ich hab das spezielle... Ich hab Asphalt gefunden. Asphalt. Liquid Asphalt. Aber irgendwie ist das kein Liquid. Kannst du Koppelst uns abbauen, oder kriegst du nur irgendwas raus? Ne, man kriegt nur Stone Rock. Okay. Kann man schau mal, wie man das verarbeiten kann? Ich glaube, in den Ofen. In den Ofen, glaub ich, oder? Ne, warte mal. Blast Furnace? Wir brauchen da. Einen Granit-Anvil brauchen wir. Okay, okay, ich schau mal. Einen Granit-Anvil können wir nachher mit dem Hammer draufschlagen. Irgendwie nachher kriegen wir irgendwie Steine, oder so? Okay, ich hab jetzt hier nochmal einen Spitzhack, gell? Warte, ich glaub, das ging irgendwie... Wie ging das? Hast du noch diese komischen Fibers, oder wie die heißen? Fibers? Ich hab ein Fiber, ich hab ein Fiber. Warte, warte, warte. Eins, ja genau, eins brauch ich, eins brauch ich. Genau, gib mir das, dann mach ich noch eine zweite Spitzhack, gell? Hast du... Oder warte mal, wie kann man Steine verarbeiten? Warte, ich guck mal da. Bei einer Compacting-Bim kann ich aus Steinen Krabbel rausgewinnen. Und bei dem Worktable kann ich eine Spitzhacken craften mit einem Stick, warte. Ich... Genau, genau, ein Stick. Weißt du, wie man Cobblestone kriegt? Eigentlich wurde geil gemacht, du brauchst gar nicht so viele Sachen. Warte, warte, weißt du eigentlich, wie man Cobblestone hier kriegt? Genau, das ist eine Spitzhack. Was? Weißt du, wie man Cobblestone hier kriegt, denke ich? Äh, Cobblestone. Warte, ich glaub, ich kann mal schauen. Äh, Cobblestone. Ich glaub, du musst Cobblestone, genau. Cobblestone? Mit einem Clay in der Mitte. Lump of Clay. Lump? Du brauchst ein Clay in der Mitte und diese Rocks rundherum. Du kannst den Craft, äh, bei einem Worktable. Äh, wenn die normale Crafttable gibt, das glaub ich gar nicht. Oder bei einem Stein... Oh, mein Gott. Äh, ein Stonekillen. Wie craftet man den? Oh, da brauchst du einen Nählin? Da brauchst du Bricks oder irgend sowas. Ja, du kannst sogar... Da miscay, miscay. ...automatisch sechs Cobblestone aus einem, äh, Gravel gewinnen. Das ist richtig gut. Okay, dann baue ich's mal ab. Und ich glaub, wir haben die ersten Nacht doch schon fast überlebt hier. Okay, ja. Ich baue das mal ab. Ähm, wollen wir eines dann einmal mitnehmen und, äh, ein bisschen erkunden, die nächste Folge dann? Das können wir, ja, ja, ja. Nach Hinkenhorse eventuell bauen, ja. Ich... Ja, ich bin richtig gespannt auf ne Minentour, weil es gibt so viele geile Erze. Hier, ich zeig's nochmal ganz kurz hier, Leute, ja. Es gibt alles mögliche. Das da alle Items, diesen ganzen Mod-Pay gibt, Leute. Ähm, ja, da... Es gibt sehr viele bunte Sachen. Oh ja, hier sieht man schon. Bist du da im... Im Inventar da? Von verschiedenen Sachen. Ja, ja, ich bin grad in dem drin. Äh, so. Es gibt da übelst viele Sachen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. So, zack, wie können wir, wenn du willst, mit so einem roten, guck mal, ich habe ein rotes Boden einfach, oder ein grünes Oh lol, dann können wir nächste Folge ein bisschen erkunden geben, äh, ich habe jetzt eine Spitzsacke, ich habe jetzt eigentlich alles, was ich brauche, Spitzsacke Ich habe, ich habe Koblestone, ich habe Koblestone gekraftet Wirklich? Äh, warte, warte, warte Warte, ich mach mal Äh, es geht Es geht, wir haben eine normale Spitzsacke, endlich Nice Okay, ja, das ist eigentlich ganz geil Ja, Leute, wenn ich mich mal sagen, ich stelle Ja Lasst einfach mal einen dicken Daumen hoch, da Wenn ich mich von Vivalry gefällt hier, und ich hoffe, wir werden nicht sterben Also, ich bin schon gestorben Schreibt eure Tipps in die Kommentare, schreibt den Duden vorbei, schreibt den Duden vorbei Und tschau, Leute Tschau Ich habe hieraud' night ge many Sprecher Und da haben wir aber in Zukunft Und da haben wir gewisse